Die Burgs, Helia, Andala, das ist er. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Achtung, gleich macht es Rumpf. Inschallah, so wird es gehen. Jawohl, so gut ich kann. Selbstverständlich. Seid gegrüßt durch ein Un... Nun. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So gut ich kann. Ja, mein Herr. Wenn ihr wollt. Wie ihr wollt. Wenn Gott es so will. So gut ich kann. Ja, mein Herr. Wie ihr wollt. So sei es. Ja, mein Herr. Ich gebe mein Bestes. Ja, gern. Jawohl. So wird mich niemand erkennen. Es sei. Ja, mein Lord. Euer Wunsch ist mir Befehl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Freilich, freilich. Hm, es wird einen Moment dauern, das Schloss der Truhe zu knacken. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ihr habt einen Schlüssel gefunden. Aber wer seid ihr? Natürlich. Jetzt. Allzu. Vertrag. Seid. Es schneit. Wie ihr wünscht. Ja, mein Gott. Ergreift sie! Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Freilich. Sicher. Sicher. Natürlich. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Euer Dorf wird angegriffen. Na gut. Zahltag. Sehr wohl. Ihr habt das Tor mit dem Schlüssel geöffnet. Ja, natürlich. Ja, mein Lord. Folgt mir in den Kampf. Ja. Auf in die Schlacht. Natürlich. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wie ihr wünscht. Natürlich. Jawohl. Ha! Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Der Sieg wird unser sein. Wie ihr wünscht. Wenn Gott es so will. Ja, Seid. Das kann kein Ungläubiger besser. Mit Freude, Sidi. So kommt ihr uns nicht davon, freudige Hunde. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ah, bitte. Auch Würde. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Ja, ist gut. Ne. Das mag ich nicht. Ne. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es ist Zahltag. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Ein Gelehrter nimmt seine Studien. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Natürlich. Ja. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es sei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Jawohl, Herr. Aber gern. So, fahrt. Sicher, das? Ja. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Sicher, das. Natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Natürlich. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Natürlich. Sofort. Natürlich. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Ja, natürlich. Ja, mein Lord. Zahltag. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Natürlich. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Eine neue Technologie ist erforscht. So sei es. Da. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Jawohl. Wenn ihr meint. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Na gut. Na gut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wie ihr wünscht. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht. Wenn's denn sein muss. Ja. Fertig? Ja, sofort. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Natürlich. Wenn's denn sein muss. Fertig? Natürlich. Natürlich. Ja, ist gut. Wird erledigt. Das könnte ein bisschen lauter werden. Gebt Acht. Die Falle ist aufgestellt. Natürlich. Schlagt zuerst mehr Holz. Kein Problem. So soll es sein. Wird erledigt. Einer eurer Gelehrten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Wie ihr wollt. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Hm. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So soll es sein. Ausbau fertig. Ja, ist gut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jawohl, Herr. Fertig? So sei es. Es sei. Es sei. Wie ihr wollt. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Sofort. Ja, natürlich. Euer Wunsch ist mir befehlt. Jawohl. Sofort. Ja. Wenn's denn sein muss. Wie ihr wünscht. Jawohl, Herr. Jetzt kann ich im Verborgenen wandeln. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Wenn's denn sein muss. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Mutti hat immer gesagt. Zahltag. Einer eurer Alchemisten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Wie ihr wollt. Freunde, kommt zu mir. Feinde greifen euch an. Ja. Sicher. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Kein Problem. Aber gern. Ja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Eine neue Technologie ist erforscht. Natürlich. Natürlich. Jawohl, wie ihr wollt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Sie schädelt. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Unterfüge. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Richtung. Am Holzgefäng. Keine Angst, ich verstehe was davon. Sofort, so soll es, mit Freude, Siedler, äh, sein. Lasst mich eure Wunden sehen. Ja, ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ausbau vollbracht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ein Alchemist ist sauer, weil die Steuern zu hoch sind. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, 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 wird erledigt. Ja, ja, ja. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil er Überstunden machen muss. Ausbau fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Gelehrter kündigt und verlässt die Stadt, weil er Überstunden machen muss. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Held ist in großer Gefahr. Wie ihr wollt. Es ist Zeittag. Ja, natürlich. Jawohl. Natürlich. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Einer eurer Gelehrten ist traurig, weil er Überstunden machen muss. Nichts lieber als das. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, mein Lord. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil er Überstunden machen muss. Ausbau abgeschlossen. Einer eurer Alchemisten ist traurig, weil er Überstunden machen muss. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Ihr zieht uns das letzte... Das ist Wuche. Und? Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Jupp. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil er Überstunden machen muss. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Jupp, sie schüttet. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Zahltag! Einer eurer Alchemisten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Ein Alchemist ist sauer, weil er Überstunden machen muss. Ein Gelehrter kündigt und verlässt die Stadt, weil er Überstunden machen muss. Hey, lass das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Alchemist verlässt eure Siedlung, weil er Überstunden machen muss. Aber gern! Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil er Überstunden machen muss. Geschafft! So, fahrt! Bisschen an! Ja! Ja, ja! Jupp! Mir geht es gar nicht gut. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ein Gelehrter kündigt und verlässt die Stadt, weil er Überstunden machen muss. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. Vergess das! Bisschen an! Bisschen an! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Jawohl! Feinde greifen eure Häuser ab. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Ungeschubse? Ja! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soldaten bezahlt. Ein Ingenieur ist wirklich sauer, weil die Steuern zu hoch sind. Ein Alchemist ist sauer, weil er Überstunden machen muss. Ein Alchemist verlässt eure Siedler, weil er Überstunden machen muss. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Hierfür benötigt ihr mehr Thaler. Ein Ingenieur ist wirklich sauer, weil er Überstunden machen muss. Ja, ja. Aber gern. Ja, ein Ingenieur verlässt eure Stadt, weil er Überstunden machen muss. Euer Dorf wird angegriffen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ein Alchemist ist sauer, weil er Überstunden machen muss. Ein Alchemist verlässt eure Siedlung, weil er Überstunden machen muss. Es gibt... Nun, wir müssen... Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Ja, ist gut. Ein Ingenieur verlässt eure Stadt, weil er Überstunden machen muss. Wie er wünscht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Jawohl. Feinde haben einen Held attackiert. Ja, gern. Ja, gern. Ja, gern. Jawohl. Natürlich. Selbstverständlich. Sofort. Ja! Dafür sind wir genau die Richtigen. Muttihanhäuser. Attacke! Bald mehr Bauernhäuser, um all eure Siedler versuchen zu können. Es ist Zeit, da. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Angriff. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Im Namen des Herrn. Einer eurer Helden wird angegriffen. Aber gern? Jo. Wenn's denn sein muss. Haltet! So sie vor der Scha... Max! Lass! Hm. Ich weiß. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Ihr habt einen neuen Auftrag.